Hi Freunde! Willkommen zurück in Terraria mit dem Avalon Mod. Und wir hocken hier gerade in der Höhle fest. Nein, nicht wirklich fest, aber wir hocken halt so aus Spaß drin. Gehen jetzt da hoch. Gucken wir mal, was da drin ist in dem Ding da. Natürlich nur Münzen. Wie hätt's auch anders sein können. Und in dem Ding da drüben Münzen. Wow! Die fette Ausbeute! Wie sieht's da unten aus? Ich war jetzt bisschen umweiger, aber was soll's. Muss auch mal sein. Okay, da gibt's bisschen Kupfer. Unter mir. Oh, wow, wow, wow. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich weiß es echt nicht. Nee, geh da hoch. Geh hoch! Geh hoch! Dahin stehen, so. Ich geh jetzt erstmal da hoch, glaub ich, oder? Nein. Geh nach links. Mal gucken, vielleicht finden wir ja gleich noch ne fette Waffe. Was ich aber weniger glaub. Und dann gehen wir mal da runter. So, 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 so. So, so, so. Da gibt's also noch nichts, glaub ich mal. Sieht's da rumen aus. Schlecht. Da unten, oh. Oh je, oh je, oh je. Also, nach unten oder nach links und dann nach unten. Ich würde mal behaupten, nach links. Okay, das passt. Hä? Hätte ich nicht gedacht, dass es passt. Oh oh, da ist irgendwas dunkel geworden. Keine gute Sache. Glaube ich. Und jetzt am besten noch runterspringen. Nein. Fälle, gute Maus. Mystical Claw. Das hört sich so an, als ob ich mich gleich wieder an der Wand festhalten kann. Part of a beast's body hat er auch nicht. Nein, schade. Schade, schade, schade. Ja, natürlich Münzen. Wie hätt's anders sein können. Okay. Foggel raus. Da hoch. Die Foggel da hin. Die Foggel da drüben hin. Da oben auch ne Höhle. Da haben glaube ich nix drin, oder? Nein, sind die Leber auch raus. Da oben. Ist auch ne Höhle, oder nicht? Äh, bbb. Sind nach Stein aus. Also lassen wir's mal. Kopf weg. Kopf weg. So, dann geht's mal ab in die Dunkelheit. Oh, da ist auch noch ein bisschen Erz. Da drüben sind noch ein paar so Dinger. Da komm ich da hoch. Nein. Jetzt da aber. Ja. Da komm ich da rüber. Ja. Gut. Da komm ich wenigstens wieder raus. Falls es sonst nicht wird. Was wir mal nicht hofften wollten. So. Tanks zum Ohr. Oh nein. Fallfalle. Hab ich genug Leben? Ich denk schon. Na, die macht mir gar nix. Gut. Soll mir auch nicht sein. Die Schnägel lassen wir mal leben. Okay. Auf den Sprung vorbereiten. Ich glaub, das schaff ich eh nicht. Äh. Nein. Natürlich nicht. Wie auch. So, dann gehen wir da hoch. Wenn ich das Ding wegkrieg. Ja, krieg ich weg. Oh, da ist wieder ein bisschen. Links da. Glied, glaub ich. Ja. Holzpfeil. Und irgendein Trank. Kiemen Trank. Hui. Können wir tauchen gehen. Äh. Wo sind denn jetzt meine Fangeln? Ach, wieder nur noch eine. Na dann. Das sind nur Spinnennetze. Aber ich geh kurz darüber. Das war hier oben entlang. Dann pflege ich nicht den Zweifel. Hoffentlich mal. So, dann passt es hinweg. So, okay. Natürlich nur Münzen. Wenn ich das so unten hin mache. Oh, da geht's. Oh, wow. Du, 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 du. Kann ich was bohren? Ja, kann ich. Zwölf Stück. Das reichen. Was sieht denn da unten aus? Außer dem Piranha gibt's ne große Höhle. Hm, hm, hm. Gut. Holen wir uns noch kurz das Erzchen hier. Komm ich da auch runter? Ja, passt. Okay. Der Reddish-König ist auch in die Luft jagen. Naja, hat ja nicht viel gebracht. Sieben hab ich bekommen. Hm. Vielleicht werfe ich noch ne Bombe ins Wasser und noch... Hä, hä, hä. Erstmal muss ich auch mit dem scheiß roten Ding da fertig werden. Und mit dem Piranha. Ganz klar. Hier macht mir nichts. Sag ich doch. Scheißerchen. Die Luft macht mir auch nichts. So. Ach, da geht's ja gar nicht weit. Dann lohnt sich auch nicht, ne. Ne Dings da runter zu werfen. Da vielleicht. Ich will nicht drunter fliegen. Voran ja. Hm, hm, hm. Ach, das war nur ein Plopp. Ein Plupp, Plopp. Plupp, Plopp, Plopp. Ach, da geht's gleich wieder ne Höhle. Hey Scheißerchen. Au. Au. Lass mich. Lass mich. Komm her. Oh, achtschad. Ja, ja. Oh, Mann. 50 Leben hab ich ja noch. Also. Nicht so schlimm. Wenn ich jetzt ne keinen Scheiß brauche. Puh. Hey Arschi. Willst du ein bisschen spielen? Hm? Willst du kleiner Scheißer spielen? Ja. Oh, Red Present ist schon wieder Weihnachten. Da guck ich doch gleich mal rein. Nein, ich muss redlich. Oh, Heiltrank. Oh, Herrdu, du Arsch. Willst du zu mir kommen? Hoppla. Komm zurück. Okay. Haben wir da? Nichts. Da ist Dienster Slash oder wie das hieß. Hm, 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 hm. Hallo. Upsala. Blub. Hä. Kommt zu mir natürlich. Uh, uh. Mann, 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 Mann. Verrückt. Werf ich einfach ne Bumbe da runter? Ganz ungewollt natürlich. Man wäre da so weit, bis ich... da hoch hüpfen kann, zum Luft holen. Ah, es reicht. Und noch ein bisschen weiter. Mach mal mehr da hoch. So, fangl. Hm. Wer weiß, was uns da erwartet. Nichts. So wie es aussieht. Soll mir aber auch rechts sein. Überhaupt nichts, außer ne weiterhöhle. Höhle. Okay. Drüben gab's glaube ich auch nichts, obwohl... Nein. Da war glaub nichts. Drückblock. Da kann ich da nichts hinsetzen. Verdammt. Jetzt da aber. Okay, da ist auch ne Höhle. Kleine blöde Höhle. Da war aber nichts. Okay. Dann gucken wir halt mal darüber. Bisschen, nein, da ist Schleim-Mami. Ha, ha, ha. Kleine Sau ist da sonst nichts. Hm, hm, hm. He, 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 he. Sauf ab. Arschi. Ach, das ist Schließer. Oh, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf die. Ähm. Wo wollte ich hin darüber, genau. Oh, warte mal. He, he, he. Ich hab ja Bomben. Hey, Mami, wo bist du? Uhuhuhuhu. He, he, he. Man muss schon gleich wieder abkratzen. He, 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 he. He, he. Nein. Pfff. Jetzt ist doch Scheiße hier. Kommt die? Nein, die kommt nicht. Zum Glück. Oh, ba. Komm. Ist da aber. Komm, komm. Hier. Oh, Mann. Ich hab keine Bomben mehr. He, he, he. Wenigstens kommt die Sau jetzt nicht da hoch. Da unten versteckt sich ne Flädermaus. Da unten versteckt sich bisschen Ohre. Was ich bräuchen, äh, brauchen könnte. Naja, dann buddeln wir halt mal da runter. Oder? Was soll's? Was soll's? Naja, Luft heulen vielleicht auch noch kurz, na. Okay. Mami, komm, ey. Du bist gleich tot, ey, Mami. Maus, getrucht. Tore als ne Maus. Oh, Mann. Scheiß Luft. Ich hab doch eigentlich so einen scheiß Trank. Aber egal. Benutze ich jetzt nicht. Wenn ich hab's hoch, dann's hoff ich halt ab. Ja, zwar gut, aber... Nicht wirklich gut, aber egal. Komm, wir bauen mit der eine kleine Knascht. Oh, verdammt. Komm her, Mami. Komm her, Mami. He he. Arschi. So, was lag denn da? Lidohr. Okay. Oh. Oh. Kleine, böse Scheißratte. Jetzt ist die Schlampe von da oben noch runtergekommen. Da komm ich nicht hoch. Da komm ich nicht hoch. Verdammt. Geh mal weg. Komm her. Ich weiß, bisschen komisch, aber... Nein. Nein. Ich hab zwar auch keine Ahnung, wo ich hinbuttel. Vielleicht werfen wir da kurz mal was hin. Nein. Oh, ho, 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 ho. Ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem. Nicht mehr. Huh. Haha. Glück gehabt. Glück im Unglück. Eieieieiei. Ich bin mir maglich mal da hoch. Im Fall der Fälle müssen wir schnell wegkommen. So. Bisschen duschter, aber egal. Ich seh noch wohin. Okay. Hier kommt das Wasser. Puh. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich da runter will. Ich geh jetzt erst mal da hoch. Kann ich da was hinsetzen? Ja, kann ich. Gut. Ach, bisschen Kupfer. Da oben Wasser. Ja. Natürlich, was sollte denn da sonst sein? Gibt ja da keine Welt ohne Wasser. Glaub ich mal. Oben Wasser und Lava. Beides gefährlich. Was hängt denn da oben? Keine Ahnung. Orange, Blattrot. Ey. Blutwurzel. Und das hört sich an Zombien. Glaub ich. Da drüben gibt's bestimmt auch nichts. Da drüben gibt's bestimmt auch nichts. Auf. 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 Zum Luft holen. Ein bisschen den Fakkel noch hinsetzen. Ja, Fledermäuschen. Jetzt hast du natürlich ein Problem. Da kommst du nicht zu mir. Haha. Pech gehabt. Hätte es wohl nicht gedacht, dass ich so schlau bin, dich einfach auszusperren. Nein. Och du große Scheiße. Jetzt sinkt das auch noch. Hö. Ähm. Ähm. Da unten gibt's aber auch nichts, oder? Da. Entschuldigung, da unten. Da drüber. Na da. Und da rüber... Ist das Gold? Ist das Gold? So, nein. Jetzt kommt da auch noch was runter. Oh, natürlich ist das Gold. Puh, was für ein Schweinchen. Was für ein Glücksschweinchen. Duselschweinchen. Und wie viel auch noch. Heieieiei. Mach weg. So, 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 so. Gut. Puh. Da unten ist auch noch eine Höhle. Da will ich jetzt aber nicht hin. Und da kommt ein Zombie. Da kommt ein Zombie. Schnell zumachen, hier. Ähm, so. Puh. Na, komm her, du Arsch. Arschradde, du blöde. Komm, kill mich. Komm doch her. Ja, komm, wieso haust du denn jetzt ab? Spielverderber. So. Na ja, egal. Ach, scheiße, da ist auch wieder so Dings da. Scheiße. He, 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 he. Da muss ich noch weiter runterbuddeln. Und am besten nicht mehr hochkommen. Passt das hier alles? Nichts passt. Hm. Puh. Puh. Glück gehabt. Was macht denn der? Wieso macht er jetzt das Duscher Duscher? Arsch. Blöder. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Nee, egal. Na ja. Ne, jetzt eine Fackel hinsetzen. Ach, scheiße, ich hab keine Fackel mehr. Doch. 18 Stück. So. Okay. Da drüben gab's doch irgendwas, oder? Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaub's. Da drüben gibt's auf jeden Fall was. Hm, hm, hm. Wo war ich denn? Ganz unten. Ui. He. Also da wo ich jetzt bin, da kommt auch der Aufzug hin. Oh, scheiße. Ich sauf grad ab. Hehehe. Na ja, gucken wir mal noch kurz darüber. Ja, ja, da ist das eine Höhle. Auch keine große. Da ist überhaupt nix. Okay, dann gehen wir nach oben. Yippie. Nicht, dass ich noch... Ach, du Arsch. Ich wollte dich nicht anklicken. Ähm, ja. Gut. Das Gold, das verarbeiten wir dann in der nächsten Folge, würde ich so sagen. Und dann machen wir für heute auch wieder Schluss. Und bis übermorgen dann. Und bis übermorgen dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.